In diesem Video wirst du genau erfahren, wie du das Wochenende innerhalb der Oberstufe möglichst effizient nutzen kannst. Willkommen zurück Abiturläden, hier ist Leo Ecke, der Abiturcoach und heute sprechen wir darüber, wie du es schaffst, das Wochenende so zu gestalten, dass es zum einen natürlich deinen Noten möglichst gut zugute bekommt und du aber vor allem auch da wirklich auch effizient die Freizeit nutzen kannst. Denn das ist, glaube ich, eine Sache, die sehr viele von euch beschäftigt. Ich meine, dass in der Oberstufe, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, manchmal einfach sehr viel mit Schule behaftet ist, ist, denke ich, normal, ist, denke ich, auch für die meisten von euch in Ordnung. Nur, was halt super, super wichtig ist, dass ihr auch versteht, wir reichen den Freitag, den Samstag und den Sonntag auch nutzen, dass ich erstens vielleicht nicht komplett aus meinem Schulrhythmus rausfalle und auf der anderen Seite aber auch vor allem mir da eben auch die Freizeit nehmen kann, die ich mir wirklich nehmen möchte. Und das Allerwichtigste, was es bei dieser Thematik gibt, die ich auch immer und immer und immer und immer wieder unseren Coaching Teilnehmer mitgebe, ist, dass ihr einfach wirklich versteht, dass ihr einfach trennen müsst. Ihr müsst einfach völlig klar haben, investiere ich diese Stunde jetzt in die Schule oder investiere ich diese Stunde in meine Freizeit. Und solange ihr diese Klarheit darüber nicht habt, werdet ihr immer das Gefühl haben, ihr kommt in der Schule nicht voran und habt aber trotzdem noch keine Freizeit. Weil ihr die ganze Zeit Dinge gleichzeitig macht. Ihr denkt euch den ganzen Sonntag am Tag, oh mein Gott, ich muss am Abend noch leer, ich muss am Abend noch leer. Also einfach einmal fokussiert am Morgen die Hautaufgaben zu machen, dann wirklich einfach zu wissen, hey, ich habe es den ganzen Sonntag frei. Und das ist so, 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 so wichtig, dass ihr das nachvollziehen könnt, dass ihr das versteht. Weil, wenn ihr diese Trennung nicht klar habt, dann bringt alles, was ich euch jetzt sage, einfach überhaupt nichts, weil ihr es einfach nur wieder mixen werdet. Dementsprechend. Ich habe jetzt einmal den Plan mit, wie ich euch empfehlen würde, den Freitag, den Samstag und den Sonntag zu gestalten. Wenn ihr am Freitag von der Schule heimkommt, dann überlegt euch entweder, bin ich der Typ, der sagt, geil, Freitagsschulausfuhr, Party, so, weg mit Schule. Oder ihr sagt euch, nee, ich habe auf jeden Fall schon noch die Motivation, direkt nach der Freitag der Schule einfach die Hausaufgaben, die vielleicht fürs Wochenende anstehen, einfach einmal alle der Reihe nach wegzumachen, ja. Und dann vielleicht habt ihr am Nachmittag oder am Abend sowieso auch schon wieder frei. Dann habe ich auch den Kopf frei fürs Wochenende zu haben. Das müsst ihr einmal für euch entscheiden. Dann zweitens werde ich oft gefragt, Leo, wie ist das mit dem Schlafkommen? Viele von euch haben sich ja zum Beispiel, haben vielleicht schlafen morgens schon, müssen sowieso von der Schule her werktags früh aufstehen. Da ist die Frage, mache ich das dann am Wochenende auch oder schlafe ich aus? Auch da ist einfach nur wieder eine klare Entscheidung von euch notwendig. Ihr könnt euch entweder sagen, nein, ich habe keinen Bock, ich will einfach ausschlafen, ist wunderbar. Wenn du aber sagst, du willst möglichst produktiv sein und möglichst klar auch für deinen Körper in einem Schlafrhythmus bleiben, was definitiv gesünder für ihn ist, dann würde ich dir empfehlen, um die gleiche Uhrzeit aufzustehen oder nur ein, zwei Stunden später, aber nicht mehr. Auch das ist vollkommen deine Entscheidung. Dann, wenn wir Samstag und Sonntag betrachten, hängt das jetzt natürlich davon ab, was du am Freitag gemacht hast. Wenn du am Freitag schon alle Hausaufgaben gemacht hast, kann ich dir zum Beispiel empfehlen, dass du entweder am Samstag komplett frei machst. Gleichweil zu Samstag mache ich nie irgendwas mit Schule. Kann vielen von euch auch sehr, sehr gut tun. Wenn du am Freitag noch nicht die Hausaufgaben gemacht hast, würde ich dir empfehlen, dass du dir die einfach am Samstag vor mir abmachst. Ich würde grundsätzlich am Wochenende, sowohl am Freitag, als auch am Samstag, als auch am Sonntag, den Nachmittag und vor allem auch den Abend, würde ich nicht mit Schule verbringen, aber den Vormittag. Warum? Ihr bleibt ein bisschen mehr in diesem Rhythmus. Für euch ist es nicht immer Samstag, Sonntag, boah, gar nichts machen oder wieder voll mit der Schule konfrontiert sein, sondern ihr habt ein bisschen mehr den Rhythmus. Und vor allem auch, wenn ihr Samstag und Sonntag alle Hausaufgaben macht, die anstehen, oder auch mit Freitag zusammen, dann entzehrt ihr auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, was ein bisschen die stressigere Tage meistens sind, entzehrt ihr ein bisschen. Weil ihr nicht Hausaufgaben, die ihr euch auch am Wochenende machen könntet, auch einmal innerhalb der Schultage macht, was einfach nur noch mal zu viel mehr Aufwand innerhalb dieser wenigen kostbaren Zeit ist. Deswegen würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr jetzt von mir den einen Plan haben wollt, wie ich es machen würde, ich würde euch empfehlen, versucht möglichst um die gleiche Uhrzeit aufzustehen, einenetwegen eine Stunde später oder eineinhalb Stunden später. Wenn ihr mal feiern gehen wollt, geht feiern, ist auch gar kein Thema, holt euren Schlaf nach. Das verzeiht euer Körper, euch auch sehr entspannt mal. Und dann würde ich euch aber vor allem empfehlen, vielleicht am Freitag gleich nach der Schule einfach die Hausaufgaben noch zu machen oder eben sagen, nee, scheiß drauf. Und dass ihr dann vor allem einfach jemals den Vormittag nutzt. Ich würde den Sonntagvormittag immer dafür nutzen, um sämtliche Dinge für die nächste Woche zu lernen, vielleicht auch ein bisschen Unterrichtsvorbereitung zu betreiben. Das könnt ihr vielleicht auch nochmal am Sonntagabend machen, dass ihr entweder am Freitag direkt nach der Schule oder am Samstagvormittag direkt einmal alle Hausaufgaben macht. Und dann habt ihr auch einen klaren Plan im Kopf und dann wisst ihr auch, hey, Nachmittag und Abend kann ich einfach voll die Freizeit genießen, weil ich weiß, dass ich die anderen Sachen zu einem anderen Zeitpunkt machen werde. Und so habt ihr diese klare Trennung. Zum einen, die sich ja tatsächlich alle Dinge erledigt, die ihr euch vornehmen wollt und die gemacht werden sollten. Und zweitens, ihr auch wirklich einen Großteil vom Wochenende wirklich vollkommen als Wochenende genießen könnt. Und so habt ihr eben auf der einen Seite die Sicherheit, dass ihr sehr gute Noten schreiben könnt und auf der anderen Seite eben auch die Freizeit genießen könnt. Und genau solche Dinge bringen wir euch eben bei uns im Traumaktur-Coaching bei. Deswegen, wenn ihr da Lust drauf habt, dabei zu sein, ihr lernen wollt, wie kann ich denn wirklich den Schritt, den ich mir vornehme, erreicht und gleichzeitig ihre Freizeit habe, keinen Stress habe und all solche Themen, dann klickt sehr gerne in der YouTube-Beschreibung auf den allerersten Link und bewerbt euch da einmal kostenlos und unverbindlich. Mein Team würde euch einfach anrufen, einmal kurz schauen, hey, wie steht es bei euch, wo sind eure Probleme, wo wollt ihr hin und wie könnt ihr euch da dementsprechend dann auch weiterhelfen. Deswegen gerne einfach einmal bewerben. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo.